Also, und dann, wir haben Toilette. Sie kennen den U2, die Toilette sind sauber. Wir versuchen alle sauber zu behalten. Zwei haben wir eins für Damen, eins für Herren. Auf die rechten Seite unten, zweite Tyarex für Damen, links für Herren. Bitte keine Papier in den Toiletten reinbrennen. Dann habe ich noch eine, was es ist hier, nun langsam, Liste. Schreiben Sie bitte Ihren Namen, Nachnamen oder nationalen Wort. Ich brauche das abzugeben in Lingbos. Das ist alles, wenn Sie was brauchen. Ich heiße Andonis. Oder der Kleine, der heißt Vassilis. Steht ab, Vassilis. Tappo, jetzt in China, jetzt haben wir Vassilis. Sie brauchen Vassilis. Aufstehen. Tappo. Das ist Vassilis. Sie wollen nicht aufstehen. Ich sage Ihnen warum jetzt. Sie können aufstehen. Sie können aufstehen. Sie können aufstehen. Sie können aufstehen. Otherwise, ich sage Ihnen ein secret. Sie haben ein secret. Ich sage Ihnen auf private. Vassilis, heute haben wir 11, 9 Frauen hier. Sie können aufstehen. Sie können aufstehen. Sie können aufstehen. Das ist alles, ich habe vergessen, was ich gesagt habe vorhin, aber das ist alles. Dankeschön. Ich habe das nicht geschrieben. Ihr denkt, ich sage was anderes. Was wichtig ist, dass die Toiletten sind gleich, sage ich das Gleiche immer, und wir sind es und so weiter, aber alles andere sind spontan. Ah, das ist auch so. Guten Morgen meine Freunde. Hey Thomas. Guten Morgen. Alles klar? Guten Morgen, wir machen mal live. Deutschland live. Deutschland live. Deutschland live. Von Magellanos. Live von Magellanos. Genau. Das ist Leben. Ich hätte eine bessere Gesellschaft, möchte ich, aber momentan habe ich ihn. Reicht doch, oder nicht? Ja. Warte mal, ob wir eine Cocktailbar sprengen. Ja, ja, nachher, nachher. Das geben wir auch von der Bar. Okay. Okay. Das war live? Das ist live. Immer noch. Im deutschen Fernsehen. Im deutschen Fernsehen? Ja. Da siehst du die Leute, die da unten sind. Die sind alle dabei. Oh yeah. Die hören dir zu. Da können wir eine Promotion machen. Genau. Magellanos Rodos. Magellanos Rodos. Und Kolumbia. Ortschaft Kolumbia. Da musst du ein bisschen vorfahren. Wo fahren wir jetzt? Ich habe schon gemacht. Wir fahren in Lindos. Und auf der Rückfahrt besuchen wir drei Buchten zu Baden. Welche Buchten besuchen wir? Wir buchen. Wir besuchen. Ich habe noch nichts getrunken. Noch nichts. Wir besuchen. Wer steuert denn die Schiffe mal, wenn du besitzt? Automatischer Pilot und Vasilis. Ah, Vasilis. Ja, Vasilis. Vasilis. Das ist Vasilis. Sehr gut. So, wir waren bei den Buchten stehen geblieben. Die Buchten stehen geblieben. Wir fahren Lindos Bay, Stegna, Schwunkaria und Zambica. Okay. Was ist das? Gehen die weg? Oder kommen die mehr? Das heißt, nein. Die kommen alle dazu. Ach so. Ich dachte, die wollen nicht mehr uns hin und die gehen weg. Die sind alle dabei. Das ist live und spontan. Spontan. Ich heiße Antonis. Ich bin der Peter. Das ist der Peter. Und das ist live from Rodos. Kolumbia. Magellanos. Unsere Website www.mangelanoscruises.gr Ja. Du kannst es auch mal zeigen. Ich darf. Das ist alles. Willst du noch was sagen? Nein, ich möchte nicht. Du musst wieder arbeiten, ne? Ja. Ich muss gehen schreiben, alle Passagiere. Okay. So, vielen Dank. Ciao. 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 Alles klar. Wir müssen hier vornehmen. Wie kommt es zum ersten Mal? Ja. Du kannst es zum ersten Mal hin. Lündenseit. Unab. Alle dynamische Musik. Ja, echt? Wie machst du das? Ja, wie? Ja. Ich möchte es zum ersten Mal hin. Du musst nach Kaffee spielen, ja. Und nach Kaffee spielen, ja. Ja, es wird meiner Meinung nach. Was es wrong? Ja. Das ist eine große Herausforderung. So meine Freunde, ich bin jetzt mal wieder weg hier.